Hallo, Test, Test, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hört ihr mich? Haben Sie draufgeklickt? Ihr hört mich nicht? Ja, dann mach ich mal bei euch ein bisschen lauter. Hört ihr mich jetzt? Hallo? Wir hören dich. Könnt ihr mich hören? Wir müssen noch Sabrina freigeben. Hallo, jetzt hat. Ich muss der Sabrina freigeben. Die hat Anwesenheitspflicht. Die muss hier auftauchen. Wo ist sie denn? Ja, per E-Mail müssten sie sie freigeben. Test, Test, Alter, wie mach ich denn das? Du Mutti, kennst du dich mit dem Homeschooling aus? Haben Sie draufgeklickt? Jetzt sei mal nicht so ungeduldig, Elias. Das Internet ist ja für uns allen noch Neuland. Herr Priem, jetzt sind Sie stumm geschaltet. Antwortet mir denn keiner? Hallo? Ja, jetzt hören wir Sie wieder. Hallo? Ach, weiterflexen und zugenäht. Dieses blöde Internets. Blöde Homeschooling. Diese unterbelichteten Schülern. Aus denen die doch alle eh nichts. Wir hören Sie die ganze Zeit. Das war ja auch gar nicht so gemeint hier. Also, ne. Also, ihr wisst doch nicht. Boah.